So sieht es jetzt also aus. Das Laser ist da. Noch im Originalzustand. Englisch bei Snagg ist keine Lust. Also veröffentliche ich dieses Video nicht für den Shop. Der macht Krach. Macht Licht und sieht einfach geil aus. Ja, ich freue mich. Aber noch kann er zu wenig. Das ist hier nur der Rauch einer Zigarette. Also, ja. Darauf steht Laserklasse 3b. Also ohne Bewegung wäre er echt gefährlich fürs Auge. Aber er bewegt sich ja. Und jetzt in diesem kleinen Zimmer. Wahnsinn, ein riesen Winkel. Dadurch ist die Gefahr, dass man lange ins Auge kriegen würde, echt gering. Das geilste finde ich immer noch ist so der Stern und die Welle. Das ist riesig hier. Hilfe. Geil. Helm. Nun. Der wird Silvester Wutti an der Straße beleuchten. Neh mir gar nicht. 셔서 Wahnsinn, ich finde das gut. Kaufpreis, äh, von Tag zu Tag unterschiedlich, je nach Dollar-Kurs. So, aber so etwas über 50 Euro plus 19% Märchensteuer, die man dann beim Zoll bezahlen darf. Also auch wenn auf der Chemnitz das Rot sehr schwach wirkt, man sieht es auf jeden Fall. Ja, doch, passt. Na gut, ich frage mich eigentlich gerade, wo ist die Musik hin? Ja, gut, reicht. Uh.